eigentlich mache ich nicht viele gratis werbung für firmen aber markt zwar ist so eine firma die macht wirklich coole produkte vielleicht kennen sie das quark to indesign mit dem sie quark dokumente direkt in indesign konvertieren und öffnen können pre flight check für den perfekten pre flight und so weiter diese firma hat jetzt nur auf dem mac ein gratis utility zur verfügung gestellt ich zeige das mal wenn sie in den app store gehen können sie nach id utility suchen und jetzt können sie ihre indesign files wie ein normales pdf direkt im betriebssystem anschauen zeigen wir wie das aussieht ich habe hier ein indesign file das hat einfach mehrere seiten mit ein paar bildern dass man sieht dass irgendwas auf dem dokument ist dieses indesign file habe ich mir auf den schreibtisch gespeichert das sieht man hier man sieht jetzt hier schon dass das cc 2015 ist also das sieht man jetzt schon direkt welche version das ist jetzt starte ich dieses id utility einmal und dann könnte ich das hier hinein ziehen und mir dann anschauen viel einfacher geht das aber ich schliesse es bewusst jetzt ganz kurz dass ich da sage ich schliesse das ich muss das nicht offen haben einfach auswählen wort abstand taste wie ein pdf und sie haben alles eigentlich kann verkleinern vergrössern und wenn ich mehr infos brauche kann ich auch über rechte maustasten öffnen mit id utility dann wird das direkt geöffnet sie können dieses fenster so groß aufziehen wie sie möchten kennt man von einem pdf ich sehe hier wie das file heisst ich könnte es exportieren zum beispiel als png jpeg oder pdf die einzelnen seiten ich kann es ausdrucken das geht auch und ich kann das da vergrössern oder verkleinern und vor allem diese sachen sind natürlich schon spannend wenn ich da alle seiten auf einmal sehen kann direkt im betriebssystem also jeder der mit indesign arbeitet jeder der mit mac arbeitet sollte sofort in den app store gehen und dieses id utility herunterladen sie haben mehr komfort und es ist wirklich eine coole sache danke marktswehr ein